Ich habe hier mal für euch einen recht simplen Zusammenhang zwischen drei Winkeln. Wenn wir solche drei Quadrate haben, die nebeneinander liegen, können wir so drei Linien einzeichnen, immer von der linken unteren Ecke eines der Quadrate aus, zu der Ecke ganz oben rechts. Die Winkel, die so entstehen, können wir einfach mit Alpha, Beta und Gamma betiteln und jetzt sind Alpha und Beta zusammen genauso groß wie der Winkel Gamma. Und das ist, finde ich, gar nicht so intuitiv. Der Beweis dazu ist allerdings recht kurz und ich stelle hier deswegen auch gleich zwei Beweise vor. Falls ihr mehr an einem zeichnerischen Beweis Interesse habt, ist vielleicht der erste mehr was für euch. Falls nicht, schaut euch auch gerne den zweiten an. Und schon geht's los. Bevor wir mit dem Beweis starten, müssen wir vorher noch zwei Kleinigkeiten machen. Als erstes beschriften wir diese Strecken hier, die wir eingezeichnet haben, mit den Buchstaben A, B und C. Als zweites schauen wir uns noch den Winkel Gamma an, denn dieser ist, und das sollte eigentlich jedem klar sein, 45 Grad groß. Das ist ja einfach eine Eigenschaft der Diagonalen in einem Quadrat. Jetzt starten wir mit dem ersten Beweis und schnappen uns hierfür dieses quadratische 3x3-Raster hier, in das wir ein paar Strecken einzeichnen wollen. Die Strecke B zeichnen wir insgesamt viermal ein, und zwar hier, hier, hier und hier, wodurch ein neues Quadrat entsteht. In diesen finden wir jetzt natürlich auch mehrmals den Winkel Beta wieder. Allerdings zeichne ich diesen nur hier ein, weil die anderen für den Beweis nicht weiter nötig sind. Als weitere Strecke zeichnen wir jetzt noch von dieser Ecke aus die Diagonale des Quadrates ein, die, wie wir feststellen können, einfach die Strecke A ist. Das heißt, dieser Winkel hier ist einfach der Winkel Alpha. Von der Diagonalen wissen wir ja wie vorhin, dass sie einen Winkel von 45 Grad zu den Außenkanten hat. Was heißt, dass der Winkel Alpha und der Winkel Beta zusammen 45 Grad groß sein müssen? Was bedeutet, dass sie zusammen genauso groß wie der Winkel Gamma sind? Und schon ist es gezeigt. Ich finde es tatsächlich immer wieder interessant, dass man mathematische Zusammenhänge auf solche Art, also zeichnerisch, beweisen kann. Jetzt schauen wir uns aber auf jeden Fall einen alternativen Beweis an, der mehr die Gleichung Alpha plus Beta gleich Gamma im Fokus hat. Wir wissen ja bereits, dass Gamma 45 Grad groß ist, was wir auch direkt einsetzen dürfen. Und wir wenden anschließend noch den Tangens auf diese Gleichung an. Das können wir ja ohne Probleme machen, da der Tangens als Funktion bijektiv ist und sich beide Seiten im Definitionsbereich befinden. Der Tangens von 45 Grad ist einfach eins, wodurch wir jetzt nur noch zeigen müssen, dass der Tangens von Alpha plus Beta eins ist. Hierfür bedienen wir uns einfach dem Additionstheorem für den Tangens. Solche findet man eigentlich in den meisten Formelsammlungen. Dieses sagt uns ja jetzt, dass unser Ausdruck gleich dem Tangens von Alpha plus dem Tangens von Beta durch eins minus dem Tangens von Alpha mal dem Tangens von Beta ist. Das wirkt jetzt erstmal so, dass wir den Ausdruck verkomplizieren, aber wir können tatsächlich relativ leicht herausfinden, was der Tangens von Alpha und der Tangens von Beta sind. Der Tangens eines Winkels ist ja in einem rechtwinkligen Dreieck definiert als Gegenkathete durch Ankathete. Bei unserem Tangens von Alpha ist es gar nicht wichtig, wie lange die Seiten dieser Quadrate sind, da bei der Rechnung Gegenkathete durch Ankathete immer ein Drittel herauskommt. Genauso kommt auf dieselbe Weise für Tangens von Beta ein Halper raus. Diese Werte jetzt in unseren Term eingesetzt, vereinfachen wir das Ganze noch und bekommen am Ende genau eins heraus. Und damit haben wir bewiesen, dass hier die gleichen Alpha plus Beta gleich Gamma gilt. Ich hoffe, euch haben die beiden Beweise gefallen. Falls ja, könnt ihr es mir sehr gerne mit einem Like zeigen. Wenn ihr dann noch wollt und es noch nicht getan habt, könnt ihr direkt hier meinen Kanal abonnieren. Es ist ein kleiner Klick, würde mich aber sehr unterstützen. Und hier wird euch ein von YouTube ausgewähltes Video von mir vorgeschlagen. Da könnt ihr direkt weiterschauen. Wenn ihr übrigens selbst oder wen kennt, der Nachhilfe in Mathe benötigt, könnt ihr gerne mal bei meiner Website vorbeischauen. Da biete ich nämlich Nachhilfe an und ihr könnt auch kostenlos eine Probestunde bei mir buchen.